Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Noppensteinstube. So, das ist der dritte Part zu meiner Webrick-Reihe. Ich habe ja Steine bei Webrick bestellt. Ich habe ja letztes Mal die Evil Dead-Hütte gebaut aus dem Film Tanz der Teufel mit dem Auto. Und jetzt habe ich mir noch eine weitere Mock-Anleitung bei Webrickable geholt. Und ich würde sagen, die gucken wir uns erst einmal an und dann geht's weiter. Jo, und hier sind wir bei Webrickable. Die meisten von euch werden die Seite, denke ich mal, kennen. Das ist das Set, für welches ich mich entschieden habe. Es ist ein Friedhof. Und das ganze Ding hat 15 Euro gekostet, die Anleitung. Nicht wirklich günstig, aber ja, da ich mich bei solchen Sachen wie diesem Gebäude zu doof manchmal anstelle, sowas selber zu bauen, dachte ich mir, okay, komm, zahlst du die 15 Euro und holst dir die Anleitung. Ich muss gestehen, ich finde sie ein bisschen überteuert. Aber trotz alledem hat es sich gelohnt, sagen wir es so. Es sind nicht viele Fotos drin. Ihr seht es, es sind irgendwie 1194 Parts, glaube ich, soll das hier heißen. Wenn man da rauf geht, hier steht dann auch, wenn man sich das über Bricklink holt, ist man bei 243 Euro wahrscheinlich. Wenn man die Teile alle aus Lego-Sicht besorgen würde, deswegen ist Webrick da eine sehr gute Alternative. Und das Set habe ich gebaut und das schauen wir uns jetzt an. Ich verlinke es euch natürlich in der Videobeschreibung, ist von Peter Kies erstellt worden, die Anleitung. Ich verlinke sie euch, wer Interesse daran hat und das auch bauen möchte. Und dann sage ich euch jetzt, was draus geworden ist. Ja, ihr habt es gesehen, mit diesem Mock möchte ich meinen Friedhof vergrößern. Ich habe ja nun mal eine Gruselstadt und ich finde den Friedhof cool und ich baue den Friedhof auch gerne weiter aus. Es ist dann sozusagen der alte Teil des Friedhofs mit der alten Kapelle und das andere ist der neuere Part des Friedhofs. Deswegen ist der alte Part auch so umzäunt. Sowas gibt es manchmal wirklich auf Friedhöfen. Wenn man da ist, es gibt manchmal ältere Teile des Friedhofs, die früher entstanden sind und neuere Parts, die dazugekommen sind. Deswegen fand ich die Idee wirklich gut und passend. Und ich finde dieses Mock auch wirklich schön. Jo, die Steine habt ihr ja im ersten Webrick Video gesehen, wo ich euch gezeigt habe, wie man das da bestellt. Habe ich dann alles in einem bekommen. Das ist jetzt das, was übrig geblieben ist, weil ich mir einige Pflanzenparts für meine Stadt noch mitbestellt habe. Da vor allem war ich sehr beeindruckt von diesen Blumenstängeln. Ihr seht es schon, es sind nicht die Standardblumenstängeln mit den drei Stängeln, die man von Lego so kennt. Ich glaube, die gibt es auch von Lego, aber nicht so oft. Und da habe ich halt einmal in Dark Red, nee, Reddish Brown, ist das Reddish Brown? Ich kann es euch jetzt gar nicht sagen. Nee, es ist ein Nougat. Ich glaube, das sind so Nougat-Töne und das ist dann auch so ein Medium Flash oder wurde das früher genannt? Keine Ahnung, auf jeden Fall haben wir Dark Ten und wir haben hier das normale, das müsste dann Reddish Brown sein, genau. Und das fand ich sehr cool in drei verschiedenen Farbtönen. Und hier seht ihr, habe ich davon noch ein paar Tütchen voll. Diese Dinger habe ich mir mal besorgt, weil man da sehr gut Bäume draus bauen kann mit diesen Ablegern an der Seite. Dann habe ich hier noch ein paar Ten-Büsche, die sind hier in dem Set einer dabei gewesen. Da habe ich gleich noch ein paar mehr reingepackt. Dann diese komische Stängel, die kann ich um meinen See noch drumherum bauen. Das finde ich nämlich sehr gut, das ist so typisch am Wasser. Hier Stängel, um auch Bäume wieder zu bauen, um da in die Blätter was reinzustecken. Hier habe ich nochmal in Dark Orange, genau Dark Orange war der Farbton, glaube ich, nochmal Blätter. Auch sehr gut und hier seht ihr, das war beim Set dabei sehr, sehr bunte Farben. Die habe ich stellenweise dann ersetzt. Ich wollte sie mir trotzdem angucken, weil ich ja so Herbstfarben auch manchmal nutze. Aber das fand ich dann noch nicht so toll und habe es rausgenommen. Und da habe ich das ersetzt mit auch so einem Dark Orange und Olive. Und deswegen würde ich sagen, schwenken wir jetzt mal rüber zum Mock. Ich mache mal hier so ein bisschen alles zur Seite und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Hier vorne seht ihr schon mein erstes Problem. Hier kommt eine Dark Ten Plate dran, die genau in dieser 1x8 Größe ist. Also mehrmals 8, aber halt in der 8er Länge. Und dann war die so rund nach vorne. Kenne ich nicht. Habe ich in keiner Form irgendwie von Lego oder von irgendeinem anderen Hersteller. Ich habe das jetzt mit Dark Green ersetzt. Das wird eh alles noch ein bisschen verkleidet. Und Dark Green wird hier noch dazwischen kommen. Und dann setze ich das Ding auf die Anlage. Das gucken wir uns auch gleich noch an, wenn ich das Ding auf die Anlage setze. Weil ich dann aber ein richtiges Stadt-Update wieder machen werde. Das hier ist ja eher, euch zu zeigen, wie gut die Qualität vom Webrick ist. Und da fangen wir auch gleich an. Die Qualität von Webrick war jetzt auch bei diesen Steinen unverändert. Es ist, finde ich, Blue Bricks Steine-Qualität. Manche sind dann dazwischen, die irgendwie nochmal eine Stufe schlechter von der Farbgebung sind. Sind aber wenige. Ich kann euch das ganz gut zeigen. Ich hoffe, ihr seht das. Da seht ihr diese eine Plate hier. Und da könnt ihr den Dark Ten Unterschied, glaube ich, ganz gut erkennen. Die ist wirklich gravierend anders. Und da waren so ein, zwei Plates dazwischen, die diesen Farbton hatten und wirklich herausgestochen sind. Ansonsten war das völlig okay. So, eine Sache, die mir fehlte in dem Set, weil ich sie nicht mitbestellen konnte, waren natürlich wieder da hinten. Ihr seht es, diese Säulen. Ich habe die wieder mit 1x1 Round Bricks ersetzt. Da war auch allerdings der alte Grauton dazwischen. Finde ich jetzt nicht schlimm. Gibt wieder so eine Verwitterung. Bedruckte Fliesen, Holz waren auch nicht dazwischen. Die habe ich kurz mal bei meinen Eisenbahnschienen geklaut. Drei Stück, weil ich es cool fand, wie es aussieht. Die musste ich mir nochmal nachbesorgen. Und ihr seht es auch hier. Ich musste die Statue abändern. Eigentlich ist normaler Light Blue-Grey Oberkörper da dran. Ich habe jetzt einfach einen Einer-Brick mit Noppe nach hinten genommen und habe da dann die Flügel dran gebaut. Light Blue-Grey Beine hatte ich noch. Den Kopf konnte man mitbestellen. Die Engelsflügel auch. Ist jetzt eine Statue. Ist ja einfach eine Statue. Mein Gott, hat sie halt keine Ahnung. Ich kann damit auch so leben. Jo, diese ganzen Teile sollen eigentlich Speerspitzen sein. Ich habe einmal drei Stangen genommen und habe Hoses zugeschnitten. Stellenweise auch ein bisschen unterschiedlich in der Länge, damit das Ganze aussieht wie ein kaputter Zaun, der nicht mehr ganz so heil ist. Fand ich eigentlich ganz cool. Die Speerspitzen muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Die sind auch schwer zu kriegen. Sieht aber eigentlich echt gut aus. Wieder verkleiden werde ich das Ganze noch ein bisschen anders. Die Bäume sind okay. Ich habe sie schon anders gemacht, als sie eigentlich in der Anleitung sind. Zu der Anleitung kann ich nur sagen, die war okay. In der Mitte kommt irgendwann ein Part, der völlig grafisch verhunzt ist. Da habe ich schon gedacht, oh mein Gott, wie machst du denn jetzt hier weiter? Man kann ja kaum noch was erkennen. Dann scrollt man ein bisschen weiter runter und dann wird es wieder klar. Dann kommt der ganze Part noch einmal. Da wiederholt sich die Anleitung nochmal. Da war ich dann sehr froh, weil sonst wäre es echt schwierig geworden zum Ende hin. Aber es ist jetzt auch kein Mock, wo man nicht selber ein bisschen Hand anlegen kann und das verändern kann. Ich zeige euch das Ganze mal so in der Optik und drehe es einmal, damit ihr seht, wie es aussieht. Ich finde es wirklich ein sehr, sehr schönes Mock. Ihr seht das schon. Hier haben wir so eine kleine, wie nennt man das, so eine Gruft. Da habe ich dann den Stein. Eigentlich kommt da der hier drunter. So ein hoher. Und ich habe das dann abgeändert, habe nur noch ein einmal zwei genommen, damit das Kreuz besser zu sehen ist. Sonst ist das Kreuz völlig verschwunden unter der Dachkuppel. Und das fand ich doof. Da habe ich das ein bisschen kleiner gemacht. Ansonsten seht ihr schon, die Fenster sind auch sehr, sehr schön gestaltet. Das Dach ist, finde ich, cool gestaltet mit so Löchern drin. Das ist wirklich schön gebaut. Wir können das noch gleich abnehmen. Hier hinten seht ihr, steckt eine Schaufel. Da hat noch jemand gebuddelt. Ich werde da vielleicht dann wieder ein Zombie hinmachen. Ich werde vielleicht noch die bunten, einmal ein Steine rausnehmen, wo ich jetzt die Stängel reingesteckt habe. Diese Blumen, weil ich da lieber wieder Oliv oder irgendwas nutze. Ich habe es jetzt erstmal so gemacht. Was ich noch abändere, werden wir dann in weiteren Stadtvideos, Stadtupdates sehen. Aber im Großen und Ganzen finde ich das wirklich schön. Wie ich das hier verkleide mit den Rundungen auf der Plate, muss ich gleich noch gucken. Also nicht auf der Plate, auf der Platte unten, auf der Anlage. Weil ich finde das jetzt doof, dass es komplett einmal so rund ist. Auch hier an der Seite habt ihr diese Ausbuchtung für das Grab. Und da muss ich halt schauen, ob ich das nochmal abändere. Jo, wir können das Dach jetzt noch einmal abnehmen, um in diese Kapelle reinzugucken. Das ist nämlich auch ganz nice. Und dann stelle ich das Ding unten auf die Anlage. Und dann wird es jetzt demnächst endlich mal weitergehen, dass ich anfange um den Leuchtturm, um diese Evil Dead Cabin und um dieses Friedhof-Teil endlich weiter verkleiden werde. Und ja, ein bisschen Landschaft hinzufügen, ein bisschen Zombies, ein bisschen... Bei der Evil Dead Cabin will ich mal gucken, dass ich Ash finde, der einen Dämonen zersägt. Da muss ich mir mal über AliExpress wahrscheinlich eine Figur besorgen. Da gibt es nämlich, glaube ich, Ash. Und dann geht das jetzt so langsam mal weiter. Jo, ich baue das Dach mal kurz ab. Wir gucken nochmal in die Hütte rein. So, ihr seht es schon, da sind vier Noppen, wo man das Dach festmacht. Das Dach sieht von unten dann so gebaut aus. Das ist wirklich nett gemacht. Und dann schauen wir mal in die Kapelle rein. Und da seht ihr schon, wie die Fenster gebaut sind. Das ist wirklich cool gemacht mit den durchsichtigen Steinen. Dann haben wir da einen kleinen Altar mit einem Kreuz, einem Kelch. Den konnte man auch bei Webrick bestellen, so in Gold. Die Kerzen habe ich da besorgt. Und hier hinten ist die Tür. Und die könnt ihr sogar auch noch aufmachen. Geht nicht allzu weit auf. Weil dann kommt hier die, ich zeige es mal so, Altartreppe da. Aber dann, ja, oh Gott. Ich glaube, die Tür macht man noch nicht auf. Die lässt man so geschlossen. Das ist die kleine Kapelle von innen. Okay, ich baue das Ganze zusammen. Stell es auf die Anlage. Und dann schauen wir uns das Ganze nochmal an. Okay, da steht das Ding auf der Anlage. Und ich muss sagen, es gefällt mir wirklich gut. Es ist natürlich jetzt noch nicht ins Gesamtbild eingepasst. Dadurch, dass noch kein Grün drumherum ist. Und das Ganze halt irgendwie ineinander übergeht. Aber ich finde, man kann sich schon echt gut vorstellen, wie es dann aussieht. Ein, zwei Sachen stören mich noch ein bisschen. Und das ist die schwarzen Dächer. Weil hier habe ich halt Dark Bluish Grey. Obwohl sich das natürlich auch gut absetzt von dem Hintergrund. Man muss sehen, wie es aussieht, wenn es komplett verkleidet ist. Vielleicht mache ich auch noch ein paar Holzplanken auf das Dach, dass das genagelt aussieht. Ich muss mal schauen, ob ich da noch irgendwie eine kleine Veränderung mache, dass das nicht ganz so schwarz ist. Weil dadurch sieht es ein bisschen aus wie so eine kleine Hexenlandschaft innerhalb des Dorfes hier. Schreibt mir gerne mal rein, was ihr dazu sagt, wie sich das einfügt. Rein von der Optik her. Aber ich finde, ehrlich gesagt, das sieht gut aus. Ich finde, es passt im Gesamten zum Bild mit der Burg. Die hat ja auch ein schwarzes Dach. Ich mag es. Es ist genau das, was ich mir vorgestellt habe. In dieser Friedhof-Ecke, es ist wirklich schön. Jetzt muss ich halt noch irgendwie den Übergang hier machen. Den Weg zur Hauptkapelle. Dann den Weg weiterführen zum alten Teil, der dann ein bisschen mehr noch bewuchert ist. Das wird ein bisschen eingewuchert sein. Das ist der alte Teil des Friedhofs, dem nur noch wenige Leute betreten. So habe ich mir das gedacht. Das ist der aktuelle Teil des Friedhofs, der natürlich mehr besucht wurde noch von Leuten. Und jetzt natürlich hier von ein paar Zombies belagert ist, die gerade aus den Gräbern kommen. Da hinten werde ich wohl auch noch irgendwas einbauen. Vielleicht ein Gespenst, das in der Ecke ist oder irgendwas. Vielleicht auch noch ein paar Zombies, die da rumlungern. Mal schauen. Das kommt alles in der späteren Zeit, wenn ich dann anfange, wirklich so Details auch mehr hinzuzufügen. Jetzt sind ja Figuren noch Mangelware. Ich habe auch noch nicht so viele Zombies und Horrormonster, die ich da einbauen kann. Ich finde es aber wirklich gut. Es passt genau da in die Ecke. Weil ich wollte da hinten keine großen Gebäude, die den Berg vielleicht zu klein erscheinen lassen. Und ich finde, das passt da wirklich echt gut rein. Da bin ich sehr, sehr angetan. Wir können noch mal von der Ecke gucken, wie das Ganze aussieht. Wie ihr seht, habe ich den Baum umgesetzt. Der war ja vorne am Eingangstor. Den habe ich jetzt nach links gesetzt, weil er sehr stark die Optik des Sets genommen hat. Also der war irgendwie deplatziert. Demnach dachte ich mir, okay, ich setze ihn um, packe ihn da links an die Ecke. Und da passt er wirklich gut hin. Da sieht er wirklich gut aus. Kommt gut zur Geltung. Kann man nicht meckern. Ich bin zufrieden. Ich habe mal wieder ein Mock ausgesucht, was wirklich gut passt. Da hinten wirkt die Hütte fast jetzt riesig dagegen, gegen das Friedhof-Set hier. Ja, was hat mich der ganze Spaß jetzt gekostet? Die beiden Sets vom Webrick besorgt waren jetzt irgendwie knapp an die 100 Euro, glaube ich, mit Versand. Oder knapp drüber irgendwie. Für die beiden Sachen. Ich finde, das ist okay. Und die Steinequalität ist auch okay. Es waren natürlich Sachen, die ich nicht besorgen konnte, wie die Plate da vorne, diese Dark-Ten-Plate und ein paar andere Steine, die ich dann aus meinem Fundus nehmen musste. Ich weiß noch nicht, ob ich habe die Steine nicht abgeglichen in der Bestellung, ob auch ein, zwei fehlten. Weil ich hatte dann so ein paar Steine, so eine Standard-Steine, die mir plötzlich, ja, wo zu wenig dann da waren. Wo ich dachte mir so, okay, haben die jetzt wirklich gefehlt oder wurden die nicht mit reingepackt? So what? Ich habe halt, ja, Gott sei Dank einen großen Fundus, wo ich dann diese drei, vier fehlenden Steine ersetzen kann. Das ist immer, man kann natürlich sich jetzt auch hinsetzen und das alles durchforsten und kontrollieren. Aber will man das jetzt wirklich für Steine, für, ich sage jetzt mal, selbst wenn es 80 Cent sind, die dann fehlen. Das ist dann, ich sage mal, ein Verlust, den ich persönlich verknusen kann. Und wenn man es dann liegen hat und es keine besonderen Steine sind, dann kann ich damit auch ganz gut leben. Jo, ich bin auf eure Kommentare gespannt, was ihr zu meinem, ja, alten Friedhof-Part sagt, der jetzt hier Platz gefunden hat. Ich finde, es fügt sich gut ein, es passt gut dazu. Ich werde das natürlich alles landschaftlich mit einbeziehen und dann sieht das, glaube ich, auch ganz cool aus. Da muss das Ganze noch wahrscheinlich ein bisschen umzäunt werden. Da bin ich mir jetzt immer noch nicht 100% sicher, wie ich es mache. Ich hatte da schon Ideen, die habe ich wieder verworfen wegen der Rundung. Das ist nicht ganz so einfach. Da muss ich mal gucken, wie ich das am besten angehe. Jo, das war kein Stadt-Update in dem Sinne. Es war eigentlich mehr nochmal ein Webrick-Video, wie die Steine sind und was ich daraus gezaubert habe. Jetzt geht es dann wieder an die richtigen Stadt-Updates. Dann kommt auch wieder eine Fliese an die Wand, vielleicht sogar zwei. Und dann geht es hier endlich weiter. Ich hoffe, euch freut es. Und bitte nicht böse sein, wenn ich jetzt wieder sage, es geht weiter. Und es kommen jetzt nicht sofort in den nächsten ein, zwei, drei Wochen Videos, weil ich hier immer ab und an rangehe und dann wirklich ein paar Stunden baue und dann wieder auch noch was anderes mache in meinem Leben. Aber es ist jetzt wieder vorangegangen. Ich meine, in letzter Zeit habe ich im Verhältnis wirklich viel geschafft. Ich habe hier die ganze große Fläche jetzt fast bestückt. Da hinten ist es weitergegangen. Der Leuchtturm ist hier vorne hingekommen. Also es hat sich ein bisschen was bewegt in der Stadt. Große Bauchschmerzen macht mir immer noch der Part hier hinten. Es soll ja eine große Waldfläche sein, aber es sollen auch noch eine Art Gebäude da hinkommen. Also ich bin immer noch absolut unschlüssig, was in diesem Bereich hinkommt und was ich da mache. Da hinten, die Idee mit dem Wasserturm fand ich ganz cool, die ich neulich hatte. Da werde ich wahrscheinlich so einen alten amerikanischen Wasserturm hinstellen. Da muss ich mal gucken, wie ich den baue, wo ich da gute Vorlagen finde. Und da in dem Bereich bin ich echt noch mega, mega unschlüssig. Es kommt eigentlich immer mit Sets, die ich sehe. Und durch diese Webrick-Geschichte muss ich sagen, werde ich jetzt oft bei Webrickable gucken und da halt schauen, was ich dann für meine Stadt hier noch besorgen kann. So, ich habe wieder sehr, sehr viel geredet. Viele von euch sind wahrscheinlich schon eingeschlafen und demnach bleibt mir nichts anderes zu sagen, als lasst ein Kommentar da. Ich möchte wissen, was ihr davon haltet. Und ein Abo, wer es noch nicht getan hat, wer gerne sehen möchte, wie es da weitergeht. Und ein Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Das tut keinem weh und hilft meinem Kanal. Immer gerne einmal draufdrücken. Gerne auch Daumen nach unten, wenn ihr es doof fandet. Aber ein Daumen nach oben würde mich natürlich mehr freuen und macht mein Herz glücklich und lässt mich zufrieden einschlafen. So, jetzt bin ich wirklich durch. Die Noppensteinstube sagt Tschüss.